Die August-Highlights auf Gute-Laune-TV Hubsis Welt auf Reisen in Kroatien Seien Sie dabei, wenn Hubsi Trenkwalder die angesagtesten Stars an der dalmatinischen Küste trifft Nick P. in einer Open-Air-Bar in Sada Simone an den Kirka-Wasserfeld Oder Leo Rochas am Original-Winnetou-Drehort Das alles und noch vieles mehr vom 3. bis 12. August immer um 17 Uhr Erleben Sie das Moderationsdebüt von Stefanie Hertel bei Gute-Laune-TV In Seefeld präsentiert die Sängerin und Moderatorin Stars hautnah Wie Patrick Lindner, Johnny Hill oder Stefan Bross Am 16. August um 20 Uhr Wenn Uwe Hübner zur großen Hit-Paradies-Party ruft, darf Schlager XXL nicht fehlen Kerstin Merlin holt die Künstler von der Bühne direkt vors Mikro Mit dabei Bella Vista, Birgit Langer und viele mehr Am 17. August um 19 Uhr Bleib mir dabei, selben Traum C'est Salavi C'est Salavi Sehen Sie das umjubelte Abschiedskonzert von Dalia Lavi in voller Länge Am 23. August um 20 Uhr Für einen Tag Mit seinem neuen Hit »Für einen Tag« ist er momentan wieder in aller Munde Der König von Mallorca gibt sich die Ehre und ist auf seiner Heimatinsel zu Gast in Benni Schniers B-Treff Stars Talk News Am 30. August um 20 Uhr Nie wieder eins Die August Highlights auf Gute Laune TV Michelle Ich vagabOO Wir wir